So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tests of the Monkey Island. Ich muss mich jetzt beantworten, sonst haben wir wieder ein Problem. Hör auf mit dem Täter. Ich werde mein Deck mit deinem armseligen Zöttelbad schrubben. Und die zweite Chill, das ist so genial eigentlich. Elayne! Guybrush! Entzünde die Kanone! Ja, Liebling! Du bist so erbärmlich, schickst deine Frau, um mich fertig zu machen. Sie hat mich ausgetrickst und mir das Schwierglockerfluch abgeluchst. Aber ich lasse mir wegen dieser elenden... Ah! 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 Diese riesige, dämonische Kanone riecht nach... Ich kann's kaum erwarten, dass du endlich aufgibst und einfach verschwindest! Ah! Eine Wippe! Wow! Versuchst du dich in Sicherheit zu sprengen? Oder jagst du dich in deiner Nied? Zuckerhäschen! Piratenschätzchen! Das ist langsicht zu viel romantisch. Entzünde die... Geht schon, Sch... Ah! Eine Wippe! Sie schreittern! Sie schreittern! Sie schreittern! Ja, da! Ich schreittern! Siehst du, was ich noch habe? Richtig. Ziemlich hoch. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich aufgibst und einfach verschwindest. Na, Elaine! Patrice! Noch ein Wipp. Wie recht, du doch. Eine Wippe. Auf See. Beeindrücke des Schauspiels. Ich weiß einen neuen Namen für dich. Guy Brust Freakwood. Mighty Ballerina. Da fühlt sich jemand gar nicht mehr so mächtig, was? Chuck. Komm schon. Hör auf. Elaine. Elaine. Ich mach aus deiner verkohlten Schädel ein hübsches Wupp. Kästchen für meine Braut. Was ist meine Schädel? Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich bin Guy Brust Freakwood. Mächtiger Bier. Oh. 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 Für wen hältst du dich? Blackbeard höchstpersönlich? Oh. 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 Diese riesige dämonische Kanone riecht nach... Ich kann's kaum erwarten, dass du endlich aufgibst oder... Entzünde die Kan... Geht. Ich kann's kaum erwarten, dass du dich aufgibst oder nicht aufgibst oder nicht aufgibst oder nicht aufgibst. Zeigt, was ne Hake ist. Wir müssen ihm eine Falle stellen, Guy Brust. Ah. Ihr zwei könnt noch genug kuscheln, wenn ich damit fertig bin, Three-Boot, Schmerz und dauerhaft ins Jenseits verabschiedet zu haben. Oh. Ah. 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 Guy Brust. Was soll das? Das ist der einzige Weg. Was? Ja! Ja! Was hat das Ende? Ist es vorbei? Hallo? Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Gute Frage. Ich denke schon. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Tja, das hat geklappt. Laie Sponger ist nicht mehr grande. Leute, wir gehen. Mut, Anker, Richtung, Opfer. Platziere diese Dinge ringförmig im Mittelpunkt des Scheidewegs. Ha, clever. Wow, ganz schön flott. Hey, meine Hand ist wieder da. Oh. Guy Brush! Oh, wird auch Zeit! Tatsächlich? Augenblick, du hast mich erwartet? Aber ich war doch tot. Hast du mir deshalb... Du solltest inzwischen genug wissen, um mir vertrauen zu können, Guy Brush Threepwood. Aber du hast LeChuck gebeten, dich zur Dämonenbrau zu nehmen. Woher wusstest du, dass ich es schaffen würde, dich da rauszuholen? Nach all diesen Jahren und all unseren Abenteuern sind zwei Dinge gewiss. Dass ich immer einen Plan habe und dass Guy Brush Threepwood immer dann für mich da ist, wenn ich ihn am meisten brauche. Das ist mein Zuckerhäschen. Nun ja, das Wichtigste ist, dass LeChuck bezwungen ist. Diesmal für immer. Und du? Hast du dich endlich von dem Schicksal befreit, das für dich und LeChuck vorgesehen war, was auch immer es war? Und das hat also hinter dieser ganzen Esbonja-Grande-Sache gesteckt, hä? Eigentlich sagt man Esbon-Ha mit einem H-Laut am Ende. Tatsächlich? Aber wir haben immer alle Esbonja gesagt. Ja, ich weiß. Das hat mich schon die ganze Zeit genervt. Ich sage es dir ja nur, weil ich nicht will, dass du dich lächerlich machst. Oh, jetzt gibt's einen Satz. Leute, das war mit großem Wahrscheinlich ein Felshaus, der Mann geeignet. Kapitel 5, Rays of the Pirate Goat, Derek Bayer, Mark Bryan, Jack Rodkin, Dave Brogan, Derek Sakai, Dan Connors, Kevin Brunner, Sakata Bratosti, Jonan Zorro, Randy Tudor, David Blom, Eric Persons, Daniel F.M., Peg Kerrack, Ryan Julius, Mark Doran, Mike Dillard, Mark Danger, Dave Grossman, Jack Rodkin, Mike Stankman, Shane Franlund, Dave Grossman, Ron Gilbert, Mark Dwayne, Matt Henson, Trolley, 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 Ravdi, Trolley, Raffdi, Fassler, komischer Name, Jeff Storby, Jessica Valeranz, Weeieiee, Trolley Sakai, Jack Cameron, David Grant, Ryan Grohner, Nick Cameron, Dennis Linnert, Scott Meltzer, Meltzer altesau, grüße dich, Ryan Jones, James und Finkley, Jonathan Banks, Eric Sakai, Nick Monastery, Matt Henson, Jonathan Zegro, Michael Paddy, Brian Stadley, Jack Watkin, Ryan Jones, Davy Jones, Freund Anschein, Zane Freundin, Mike Stemley, Chad Hoyer, Peter Toske, Gisela Breiter, Will Armstrong, Sarah Bessick, Alex Cannon, Jermis X, Nervous Guide, Trent Bank, Michael Lent, John Merzen, John Merzen, Überhaupt, John Emerson Johnson, Lalalalum, By Unresounding, Julian Kawanski, Jory Pryde, Mac Rowell, Jarrett Emerson, Julian Koversnake, Damian Kastbauer, Kastbauer, allein schon der Name Kastbauer, Tom Bryan, Joe Dimset, Chris Schmidt, Jacob Degener, Andre Robick, Mike Watson, Stephen Wayne, Jack Watkins, Evan Edgars, Paul Ziprik, John Sieg Setcher, Gisela Ritter, Stan Schampike, John Sieg Setcher, Will Armstrong, Bonny Sheehan, Davis Eggers, Operation, Andre Planet, Rod Gavacoa, Val Cole, Lindsay Spett, James Lottekill, Mark Biller, Nicky Hauptbach, von Charlie Hopper, kann vielleicht sein, Stephen Whitney, Frank Whitney, Frank Calafi, Caffrey Butler, V.J. Lay, Travis Ronald, Jim Turret, Richard Persene, Tonze, 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 Conchini, Chris, habe nicht gelesen, habe nicht gelesen, Kast Deutsch, Elaine, Sonja Reichelt, Rudolede, Ulrike Berlinghoff, Backei, Kartenzeichner, Manfred Hermann, als Swordfighter, Gingström, wurde gesproken von Thorsten Münchhoch, Feuermann, Willi Romke, Guybrush, Norman Mett, Lecak, Holger Schwiss, Chief, Klaus Mockmeister, von John Wister, der Galle wurde von John Fassenkuhl, Vincent von Willi Röpke, Annemone von Carl Grüber, Rocket Mid, Manfred und Franklin, als er selbst. Dann, Kevin Brunner, John Seau, Rarren McDermott, Carlin McDonny, Randy Torrell, Ben Innocrime, Randy Vela, Robert Ottes, wie viele kommen in der Nacht, Manuel Locazadi, CDMajor, Mookas Arzt, jetzt kommen wir tatsächlich zum Hauptteil, dem Präsident der Athletics, Rarren Rodriguez, Matt Manuel, Peter Kingsley, Kingsley Sheffield, auch sehr lustig, Drake Derrick, Brooks Brown, He's Cobra, He's Cobra, Chopra glaube ich, Jeff Sungai, Ludden Bormann, Pat Alvador, Artman Kent, Neil O'Donald, Katja Alexander King, Special Tanks, Andenis Onel, Lexi Torsley, Alice Dudador, Nick Gostein, and Leverdor Dudador, die Zuberte zwei mit Lund, Granuline Only, Light Sangle, Michael Bone, Ellen Broken, Hummering Garnester Kai, Dada 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 D Kein Abspann oder sowas? Das macht mir Angst. Ich hätte ansonsten keine Abspann noch erwartet. Ich hätte nichts sagen sollen. Und, mein Kind, hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Das habe ich. Und jetzt zu deinem Teil der Abmachung. Ja. Deine Taten haben sich auf dein Schicksal ausgewirkt. Ich werde es deiner Geistergestalt gestatten, in das materielle Reich zurückzukehren und als gefürchtete Piratenjägerin ihren Weg fortzusetzen. Geisterpiratenjägerin Morgan Leflay. Ich denke, ich werde meinen Spaß haben. Schon möglich. Du hast deine eigene Bestimmung gewählt. Geh jetzt. Es gibt noch viel zu tun, bevor die Gezeiten des Schicksals sich erneut wenden. Ich habe meinen Kopf draufgefallen. Hahaha. Ich weiß nicht, ich habe mir schon meine Let's Play voll. Ich fange mit Zukunft mit Let's Plays. Leute, wir haben es durch, Tales of the Monkey Island, ist abgeschlossen, das komplette, die kompletten 5 Teile sind abgeschlossen, Leute, alle 5 Teile, ich würde alle, alle 5 Teile, 5 Teiles, 5 Teiles, es fehlt ja nix mehr ein dazu, wir haben sämtliche 5 Teile abgeschlossen, alle 5 Kapiteln durch, bam, 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 ich würde sagen, es wird eine große, legendäre Playlist geben, wo alle Teile von Tales of the Monkey Island drin ist, also alle Teile von 1 bis 5, das wird ja über 20 Stunden, das wird eine Tage-Playlist, also ich will es zuschauen, und ich sage, mein Name ist TigerDjag, ich beende mich, was danach kommt, wird eine kleine Überraschung, und ich sage, Wiederschauen, Reingehauen, Servus, und das war's von mir, und Manktales of the Monkey Island, Servus.